Du 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 ähhhhh was ähhhhhhh naja die Flasche ist immer noch voll ist äh voll es scheint neu zu sein ähhhhh investigate warte analysiere es ist äh sonnencreme scheint standardtyp zu sein und dazu gedacht ultraviolette strahlen zu blockieren nein wer hat er das gedacht Junge da ist ein Aufkleber auf der Flasche mhm er sagt der Laden mit alles Platos Kevin Platos Kevin ok jetzt können wir jetzt kennen wir die Verbindung also wie auch immer wie kommt er auf sonnencreme wo ist das meine Bedeutung ist es in Ordnung wenn wir das mitnehmen ja hier ist auch in Ordnung wenn wir deine Kreditkarte mitnehmen und die von deinem Vater da ist auch nichts dagegen gut gut so das Schach ähh computer PC 68 Genesis wurde vor 50 Jahren hergestellt ja Genesis kapiert ihr die Verbindung? ich glaub schon oder? so mein Vater hat ihn immer benutzt irgendein Schrottladen hat ihm gegeben und er hat ihn dann repariert so hat ein 5 Zoll floppy Entschuldigung äh Laufwerk 5 Zoll ne? dann sollten wir vielleicht mal die Disc mit dieser Maschine benutzen boah vielleicht machen wir das mal mal sehen ob er sie lesen kann ein Schachset ein Schachset die Figuren sind alle gut mein Vater mag Schach wirklich er war immer enttäuscht dass ich nicht spielen konnte die schwarze Königin fehlt ich verstehe die Königin fehlt das Design dieser Figuren ist ähnlich wie der der Figur in Jones Tasche also das Schachstück gehört definitiv zu dem dazu so benutzen wir die Disc ok jetzt äh schalten wir diesen dieses Museumsstück an das war also die Referenz mit durchsucht das Haus und der Punkt des Ausrufezeichens war kein Punkt des Ausrufezeichens es war das Symbol für eine 5 Zoll floppy Diskette Gute Verbindung man siehe sich das äh Muster genau an des Lesen und Schreibplots der Disc mit anderen Worten er meinte man soll die Disc in den PC stecken kein Zweifel Jean war besorgt dass jemand dass etwas mit ihm passieren sollte ok schauen wir uns mal die Disc an Lange Ladezeiten Lange Ladezeiten Snatcher Investigation File Why do Snatchers appear in the winter? Why are Snatchers nocturnal? I believe I have found the answer to these questions Snatchers vampire like behavior is due to their desire to avoid exposure to sunlight The reason they dislike sunlight is because of their defective artificial skin long term exposure to ultraviolet rays causes overproduction of melanocytes in the epidermis of their artificial skin leading to a form of skin cancer with the characteristics of melanoma in other words what we call simple sunburn is fatal to them This relationship between ultraviolet rays and their artificial skin should give us a way to track them down It should take at least six more months before they can develop a form of skin which overcomes this defect These conclusions suggest several useful methods for locating and identifying Snatchers 1. Investigate skin condition Check for any evidence of melanoma 2. Check for odor 3. Cancer cells secrete a unique foul odor 3. The presence of pollen Snatchers are believed to hide in areas plentiful in Snow 9 A snow-like bioengineered pollen crystal As such, Snow 9 can always be detected in places they appear Snow 9 is an allergen causing throat pain and sneezing 4. Possession of sunscreen In order to protect their skin from ultraviolet rays, Snatchers use sunscreen even in the dead of winter This is due to sunscreen's ability to block ultraviolet rays Of these techniques, one in four should prove particularly useful In addition, besides working to prevent this skin cancer Snatchers maintain facilities for treating artificial skin which has actually become cancerous I have succeeded in identifying the hospital where this is performed P.S. Watch out for a bounty hunter named Random Hachiel Hmm, well interessant Er hat ihren Schwachpunkt entdeckt Und kein Zweifel, Jean wurde getötet Weil er den Ort ihres Krankenhauses gefunden hat Wo sie diese neue Haut entwickelt haben Mit der sie sich gegen ultraviolette Strahlen schützen können Okay, ich hoffe ihr habt den ganzen Text da verstanden Weil ich möchte ihn jetzt nicht nochmal im Nachhinein komplett übersetzen Aber gut Ich glaub mein Hund bellt Was ist mit Alice? Ist da was drin? Ein Snatcher, vielleicht Katrina, du bleibst hier Oh je Da ist was im Busch Der war gut, müsst ihr zugehen Okay, wir sind im Garten Der Hund bellt Gut Gut Ich scheine sehr aufgeregt zu sein Der Busch dort bewegt sich Ich kann keine, äh, Signale entdecken Ja, Metallologie ist auch nicht gut im Englangen mit Kunden Irgendwas versteckt sich überall Irgendwas versteckt sich überall Bewegung Das sehe ich sogar mit meinem losen Auge Oje 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 Blas da raus Was? Ah, das ist nur ein Küche Stupide Baird Stupid bird Naja Wir sind zurück im Wohnzimmer Keine Sorge es war nur ein Rabe Oh wirklich Ja ich glaube wir haben Bei Gibson alles erledigt Und können uns aufmachen Richtung Platus Cam In der nächsten Folge